So, hallo Freunde der Spiekotour auf YouTube. Ich sag jetzt hier auf YouTube, weil wir haben gleichzeitig den Stream auch an. Und ja, ich hab mir gedacht, ich kann auch Live-LP aufnehmen mal. Das hab ich auch schon lange nicht mehr so gemacht. Deshalb einfach weiter mit Two-Point-Hospital. Jetzt hab ich ja letztes Mal den kompletten Umbau gemacht von der Hauptklinge. Das weiß natürlich keiner, der das LP verfolgt jetzt im Stream. Weil ich den Anfangsbereich nochmal umgebaut hab. Und das hoffentlich einfach ausreicht so. Ja, du guckst dir natürlich den flammenden Ball da an. Obwohl du genau weißt, ein Feuerlöscher könnte helfen. Und ich fand auch gut, dass jemand kommentiert hat, warum letztendlich kein Hausmeister in der Lage ist, neue Feuerlöscher zu bestellen. Was ja irgendwie Sinn machen würde. So, du gehst nach Hause. Nicht jetzt weiterbilden. Und wenn irgendwo noch so ein Laberball runterkommt, dann kostet das ja auch wieder Feuerlöscher. Das ist echt ein Teufelskreis mit der Kacke. Moment, nee, du bleibst da stehen. Als psychiatrische Klinik. Äh, keine Weiterbildung jetzt. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Eigentlich sind wir schon gut auf dem Weg, die Mission hier abzuschließen. Jedenfalls die zwei Sterne. Du, 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 du. Du kannst nicht selbst in deinem eigenen Haus sein. Das ist, warum du brauchst Wo sind denn... Ach, es ist heißer. Weil überall die Sachen rumstehen. Und ich glaube... Wo sind eigentlich meine Hausmeister? Sind die alle gestorben? Ich hab 17 Hausmeister. Und irgendwie... Scheinen die alle beschäftigt zu sein mit irgendwas. Das bedeutet nicht, dass sie irgendwelche Lavaklumpen einsammeln, wodurch es heiß wird im Gesch... Also in der... In dem dämlichen Teil hier. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Jetzt bräuchte ich eigentlich eine Station. Ich muss mal ganz kurz für den Stream was verändern, weil sonst sehe ich nicht... Ah, Hilfe! Oh, Windows ist so ein Arschloch manchmal. Entschuldigung. Sonst sehe ich nicht, ob ich gerade aufnehme oder nicht. Müde Knochen. Wie wäre es, wenn ihr mal da oben ein paar Bänke bekommt für die Psychiatrieherrschaften. Übrigens ist Two-Point Hospital ein Spiel, was ich immer total entspannt mal eben zocken kann. Weil ich hier wenigstens weiß, was ich tue. Manchmal. So. Machen wir hier einfach eine mega große Station hin. Obwohl mega groß. Ist relativ. Da hatte ich schon größere gebaut. Die, 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 die. Die, die, die. Ihr könnt auch mal eben Feuerlöscher haben. Dann brauche ich bestimmt zwei Klimaanlagen und wo sind die Arzneischränke. Sehr schön. Zwei Sterne. Und drei Sterne. 200 Patienten. 200 Patienten. Drei, äh, ne. Fünf Millionen. Oh, Krankenhauswert und Temperaturkomfort von 90 Prozent. Den haben wir eigentlich. nur durch den Umbau ist es jetzt ein bisschen anders. So. Und hier können zwei Stationsschwestern arbeiten. Ich denke gerade vielleicht ist es besser, wenn wir das alles umdrehen. Also die Betten rücken am Rücken. Hoffen wir, es packt nicht nachher wieder. Kommen übrigens auch immer noch Patches raus für Two-Point-Hospital. Hey, es gab gar keine Warnung fürs Erdbeben. Warum habe ich denn da so einen Billig-Automaten stehen? Wo ist denn das Feuer? Ja, der Medikamentenmixer brennt. Da steht auch schon wieder einer der Hausmeister und der steht da einfach rum. Da könntest du schon wieder so einen abkotzen, ey. Obwohl drei Feuerlöscher in dem Scheißraum stehen, kommt wieder ein Hausmeister von irgendwo angelaufen. Wenn überhaupt. kann ich das Ding nicht auspusten. Jetzt gleich macht's bumm. Jetzt habe ich eine Beförderung übersprungen. Und ich habe eine Kangus-Attraktivitätswette angenommen. Und warum lispel ich denn jetzt? Ja, geh ruhig raus, Hausmeister. Unglaublich. Es ist wirklich noch einer gekommen und hat den Medikamentenmixer gerettet. So, wo ist der Typ, dem die Fortbildung verwehrt wurde? Da. Nicht die Fortbildung, sondern seine Beförderung. Befördern ist wichtig, weil sonst sind die Leute unglücklich. und wenn sie dann irgendwann die höchste Stufe erreicht haben. Dann sind Leute auch häufig pisst. Allgemeinmedizin 2. Welcher Arzt hat denn mal Zeit? Du. Du lehrst auch gut. Ich war gerade weg. Hat er mal mit... Mein Witz gelesen wird gefragt im Chat. Ja, der Steam-Shit ist mal dabei. Dann kann ich wenigstens ein paar Mal darauf eingehen. Ich habe diesen Witz natürlich jetzt gerade nicht gelesen. Und weil er mir viel zu lang ist und ich dann die ganze Zeit auf den anderen Monitor glotzen muss. Da hatte ich gerade einfach keine Lust drauf. Ich war heute übrigens ganz kurz davor wirklich zum Mediamarkt zu fahren und zu denken, okay, hol dir mal einfach eine PS4 Pro und du wirst das Geld schon irgendwo herholen dafür. aber ich habe es nicht getan. Gott sei Dank. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ich werde übrigens so alt, ich muss wirklich mal hier die Schriftgröße größer machen. Und nur weil du jetzt den Witz nochmal postest, heißt das noch lange nicht, dass ich den diesmal vorlese. Fehlt jetzt eigentlich noch irgendeine Krankheit, die wir abdecken müssen? Ja, Chirurgie kam schonmal vor. Wo wir lauter Todesfälle haben, werden jetzt nach Hause geschickte Leute Todesfälle automatisch. Jetzt hat nicht mal im Chat einer gelacht. Dafür kann es natürlich nichts. Die haben alle nur keinen Humor. Und jetzt für eine etwas anders edition von St. Nigel Reviews. So, jetzt kamen die Hausmeister wieder rum bis zur nächsten Katastrophe. Mit der Chirurgie muss ich aber auch wieder Chirurgen ausbilden. Da können wir lieber nochmal einen Megascanner bauen. Das ist natürlich jetzt nicht optimal hier. Aber da nimmt halt viel Platz weg. Die, 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 die. Die, 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 die. Da sind auch schon wieder keine Feuerlöscher drin. Wie viele Radiologen haben wir? 4. 4. Wenn ich einen Chirurg einstelle, kriege ich bestimmt dann auch die ganzen Chirurgen als Patienten. Ich muss die Attraktivität noch hochpumpen. Moment. Mit den Rosen geht das am schnellsten. Was ist das Geräusch, das du hörst, wenn du heute Abend gehst? Dafür müssen die aber häufiger gegossen werden als andere Pflanzen. Ha, sehr schön. Ist die Musik neu? Ist das wegen dem Halloween-Update? Das ist korrekt. Das Halloween-Update hat die Musik verändert. Und es gibt jetzt, ähm, hier auf den Tischen sind keine Kürbisse drauf. Jetzt habe ich doch irgendwo... Ah ne, habe ich gerade nicht. Aber so ein paar Objekte wurden leicht verändert für Halloween. Na, wo haben wir es denn? Hier sind auch Halloween-Köpfe drauf jetzt. Vorher. Vorher. Die sterben alle, weil der Megascanner ist nicht mehr besetzt. Ach, da kommt der Radiologe gerade. Infizierte Leute überall. Werde ich aber nicht machen. Ich habe übrigens für eine Krankheit irgendwie schon was erforscht. Die gibt es ja gar nicht in dem Abschnitt. Turbosorgen können wir auch noch upgraden. Das war auch alles Stufe 3. So, die stellen wir ein, dann wirst du Radiologe. Ich wünsche mir jetzt so doof meinen Raum zu finden. Da wollte ich hin. Na, ich habe es wieder zu früh gemacht. Dann taucht er in der Liste noch nicht auf. Auf jetzt aber. So. Nötig. So, der Psychiater kann mal auf Stufe 2 auch hoch. Jetzt sagt doch nicht, dass ich ein Noob bin. Dann kommt der das Multipass im Chat. Grundstück 9. Da gibt es aber noch einige Grundstücke, die ich dran bauen könnte. Ach, da wartet einer auf Chirurgie. Wie witzig, warum kriege ich denn keine Nachricht darüber? So eine Verarsche. Deshalb sterben die dann auch, weil die hier Ewigkeiten rumgammeln. Gehirnwäsche Opfer. Wurde die von der Orbi Stiftung einer Gehirnwäsche unterzogen. So. Fortbildung abgeschlossen. Lustigerweise steht die Dame immer noch hier rum. Wie die Kampagne für Apotheke wirklich unsere Apotheken einfach alles sprengt. Das wird doch gut Kohle bringen. Mobiennotfall ist in Ordnung. Kommt her. Ich rette euch. Vielleicht. Ist die Cafeteria eigentlich effizient? Oder wird sie vom Imperator einfach vergessen? Äh, die Cafeteria ist eigentlich effizient, weil die den Hunger länger stillt. Aber ich vergesse immer sie zu bauen. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe keinen Platz für sowas. Die, 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 die. Dann bringen wir die Allgemeinmedizin auf einen neuen Stand. Spritzenpatient. Ja, ich weiß. Jetzt müsste er nochmal laufen. Wie der verfluchte Megascanner übrigens jetzt wieder keinerlei Schlange hat. So was hasse ich einfach. Ach, es ist einfach ätzend. Ja. In der Station kommt auch einfach mal keiner, keiner Lust. Hat es ja recht gelohnt, die zu bauen. Für den riesigen Ansturm an Patienten. Für den riesigen Ansturm. Für den riesigen Ansturm. Für den riesigen Ansturm. Als erstes. Gernotor, bitte. Repair Heave Excel. Hallo, es wurde schon gelöscht. Entspann dich. Ah, die KI ist wirklich ätzend. Nicht jetzt weiterbilden. Gibt es nicht jemand, der für uns arbeitet? Ah, ne. Sie ist wirklich eine Patientin. Die. Kann auch wieder geupgradet werden. Äh. Na gut, dann bauen wir mal eine Chirurgie. Schönen guten Abend, Barato von Baratohausen. Wie soll ich eigentlich meinen Krankenauswert hochfaken? So, ich brauche mindestens zwei Chirurgen. Stellen wir noch ein paar nutzlose Hausmeister ein. Die schieben wir rüber. Haben wir irgendwas, was gerade voll ausgelastet ist? Nö. Hier und da fehlt meine Schwester. Ja, Apotheke ist ausgelastet. Vielleicht hätte ich nicht so eine riesige Marketingkampagne machen sollen. Schön. 200 Patienten schon geheilt. Das ging aber schnell. Oh, ich sehe gerade, Zeit sind wir auch am Ende für die Folge. Also, C'est la vie, bis zum nächsten Mal. Jedenfalls nach YouTube erstmal. Und da ist unser erster Chirurg. Tü 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 tü. Bis zum nächsten Mal.